die 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 neue Zeit tatsächlich alles was ich tun muss ist den Typen da ablegen abmürksen das sieht so aus ja das ist aber zu leicht wozuhelle soll man den P-Switch herkriegen? irgendwo muss noch ein P-Switch sein, naja, hier kann ich ja runterfallen ja, ja und ähm, ja, hallo? lol, ja, das ist ein bekannter Bug ich und der ist da gefordert wahrscheinlich auch noch das Trampolin fährt da also entlang ja, das ist, also das fährt da nicht beabsichtigt lang, aber das ist ein bekannter Bug von so einem Teil weil das nicht wie Luft actet obwohl es das eigentlich sollte warum actet es nicht wie Luft? weil das halt die Eigenschaft von dem Stein ist ok das konnte man auch im Originalspiel schaffen ok und jetzt fällt es wahrscheinlich runter, wa? nö, eigentlich nicht ok doch genau da das Teil, was er da eingestellt hat wahrscheinlich tatsächlich und jetzt muss ich rechtzeitig den öh das Viech da muss nach rechts runter gehen, ne? ja, deswegen sag ich ja rechtzeitig fail fail ok, wir hatten es einmal zu bald und zu spät das heißt, das Richtige erwischen wir muss ich den überhaupt will ich den überhaupt und vor allem den Profis oh Gott das ist nicht mal so ein Endgegner du musst durch die Tür da oben gehen ja, ja, klar aber das kann man doch voll austricksen guck mal rechts, das Trampolin ist wieder da stimmt allein schon so Zeit und so obwohl, probieren wir es mal aus du hast 90 Sekunden, ich bitte dich ja, probieren wir es mal aus ich mein, der Typ läuft da drüben auch noch nach der anderen Zeit hmm ich hab's auf jeden Fall keine Zeit kannst du gucken, ob hier ja, ne, hier holst du mal es geht schon, es kriegt schon so das war zu langsam das war zu langsam das war zu langsam das war gut und dann hab ich aufgehört so oh, ich kann dann auch nicht zwischendurch safe staten das ist das Dumme jetzt kann ich mal gucken ob ich so zurückspringen kann könnte es einfach mal schneller auf das Trampolin draufspringen also früher nicht also naja, wie erklär ich dir das jetzt du hast verstanden, was ich meine, oder? ja, das ist ja die Idee, aber ja, du bist gerade immer noch so lange auf diesem, äh Spiny geblieben bis es beim Schaffen ging jetzt bin ich durch neuer Raum, neue Zeit, hurra extra safe state kann ich jetzt ja über einen alten drüber machen ist ja egal nein natürlich ist ja neue Zeit und neuer Raum nein, der heilige extra safe state aber hier ist erstmal klar was man tun muss das ist schön das liegt doch ganz schön leicht ja, noch das wird ja das ist ja nur am Anfang so ja, 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 ja das ist ja nur so zur Entspannung jetzt das war ja noch ein Angebot Das ist zu offensichtlich Ja, aber ich muss ihn holen Und dann gehe ich hier durch Und das muss ich alles ganz schnell machen Aber das ist zu offensichtlich Ja, aber was soll ich tun? Das ist eine sehr gute Frage Da komme ich so schnell nie durch Warte, ich sag dir mal genau, wie weit Ich habe ihn Ich habe ihn Ah Da ist eine Lücke Ja Scheiße Okay, hoffentlich geht es zeitlich Zeitlich müsste das noch gehen Du hättest den Pilz beim ersten Mal, wo du da lang gehst Holen sollen, aber Ja, vielleicht geht es jetzt noch Ne, den kriege ich nicht mehr Oder kann ich den rechtzeitig? Den kriege ich noch rechtzeitig Oh Gott Ja, habe ihn, okay Gut So, und jetzt muss ich das halt wieder Kameratechnisch machen Falsch recht Ich muss einfach nach rechts schauen Rechts Das reicht nicht Doch, das reicht Was hat er jetzt vor? Der geht nur bis hier hin Das reicht nicht Wenn ich dann noch ein Stück rüberspringe Okay, das reicht Ja, es reicht Okay Gut Aber es ist auch unglaublich Dass er das erste Mal Das noch eine große Tür eingefügt hat Ja, er hätte auch eine kleine gereicht Ich hätte mein Bildschirm nehmen müssen Was geht ab? Jo man, was geht ab? Safe State? Fragezeichen Gerade nicht Gerade renne ich einfach nur Ich würde da mal irgendwo hin Safe State machen Gleich stirbst du Ja, das ist aber zeitlich schon Bin drin Auf 1 Ja Das war, glaube ich, ziemlich gut getimt von dem Gerl Jetzt würde ich mal ein Safe State machen Ja, während es lädt So Über die 0 Oh Gott, was ist das denn? Einen normalen Sprung vielleicht Meinst du? Ja Ah, der hält länger Hm Was? Wie T T T Hast du es gesehen? Okay, so gar nicht So schwer ist es gar nicht Okay Das war, glaube ich, ziemlich gut getimt von dem Gerl Das war, glaube ich, ziemlich gut getimt von dem Gerl So Was kommt Maximum Scheiße, verächt In dem Moment, wo ich den treff Das dritte Mal Uh, ist das cool Geht das Ding da weg Ich muss warten, bis er Das heißt, wenn der Cooper ganz rechts ist Muss der auf ihn drauf springen Dann direkt da oben in die Lücke rein, oder wie? Ganz genau so ist es Aber das ist reines Glücksspiel Nein, der hat den exakt selben Rhythmus wie vorhin auch Ja, weil du denselben Save-Stick geladen hast Achso, okay, aber es ist auch Neustart würdest, würde der Cooper komplett anders gehen Das kann sein, aber es ist wirklich mehr als genug Zeit Ja, aber trotzdem ist das Reinster Zufall, ob der Cooper überhaupt Jemals da rechts kommen wird Also jetzt kommt er eigentlich ganz gut Ich muss es nur eben erwischen Den muss ich doch kriegen jetzt hier Ja, den krieg ich Jetzt muss ich nur noch hochkommen Ne, das wird nichts Meinst du, den krieg ich nicht von hier? Ne, ich glaub nicht Du meinst, der muss ganz drüben sein? Ja Ach Nimm mir nicht meine Hoffnung Warte Doch Gibt's noch nicht Komm schon Komm schon, du willst es doch auch Also eigentlich willst du es nicht, aber Du willst doch auch sterben Ja, genau Na gut, dann geh ich halt nochmal zurück Wir sind ja alle suizidgefährdet hier Ach, das ist ja assig, jetzt weißt du, wofür das dumme Ding da drüben ist Er kommt raus und er ist drüben Den krieg ich jetzt Ja, hoffst du Scheiße Das war vielleicht kein so guter Safe State Oh Gott Oh nein Der fällt drunter Nochmal zurück, zurück Revined Scheiße, jetzt habe ich aber die Chance vertan Ja, fuck Jetzt kann ich nur hoffen, dass er nochmal kommt Meinst du, der kommt nochmal so gut, wie er gerade eben kam Wir werden das sehen Der war gerade schon sehr perfekt, ich hab's nur versaut Muss ich meinen Safe State nochmal laden Ja Verdammt Das einzige, was ich probieren kann, ist zurückspulen Mit extremst verlangsamter Zeit So 24-fach Ein 24-stel ist das Überring Weil nur so ist mir für mich gewährleistet, dass ich eine gute Stelle erwisch Weiter zu spulen, du musst irgendwie bis Sekunde 90 oder so zurück Ja Nein, bis Sekunde 120 War's bei 120? 118 war's Das ist schlecht Ja, das soll bei deinem Safe State aber nicht heißen Äh, oder bei nichts heißen Ja, das sieht gut aus Da kommt er gerade raus Speichern Hallo? Ja, er hängt Ich hab Pause gedrückt und jetzt hängt er Achso Oh Gott, ich krieg's hin Moment Ich geh mal über die 7 Nur mal, dass 7 so eine schöne Zahl ist So, jetzt muss ich nur schauen, dass er den Speicher annimmt Okay, State Saved Jetzt muss ich Escape drücken Und den Speed wieder schneller machen Wieso? Kannst du auch verlangsamt lassen Ja Das war ja nur fürs Zurückspulen Ja, 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 ja Ich würd's verlangsamt lassen Und jetzt krieg ich ihn nämlich Never Doch, ich war schon eben oben drin, hast du gesehen? Ja, 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 hab ich gesehen, aber Du musst das ja perfekt, äh, dass du auch nicht gegen die Mannschaft fliegst unten unter die Decke Ja, 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 ja du danach noch weiter ja schon klar wie ich meine jetzt ist schluss das quali dark fox supersonic sind betta tester special thanks to g master des quali super passen wird computer off and go to sleep oder freitag der deluxe besuchen ja highly recommended oder manche island spielen oder in die drei und vier oder ein bier öffnen wasser pfeife rauchen und ein buch lesen oder lechak fragen wie der hund heißt und irgendwelche gute youtube videos gucken oder schlechte youtube videos gucken das andere lese ich nicht vor nein mit der freundin kuscheln schalt deinen computer aus nein nein lechak gleich mal wie der hund heißt wenn da alles tue ich das ansonsten schreibe ich es als nachricht jawohl das kennen wir drück dich vor spulen taste das tue ich doch ich drück dich schon die ganze zeit ach so da fällt nicht wirklich auf ja du siehst nur die standbilder halt dort versorgt hat es nicht aufgenommen ja das wäre cool den gag kann man einfach immer wieder bringen und irgendwann ist er dann nämlich wahr dann heul ich ganz laut nein dann spielt man es nochmal wenn man es einmal geschafft hat schafft man es ja immer wieder das ist ja das schöne daran ja das war's es geht nicht mehr weiter denkst du es geht nicht mehr weiter nein ähm dann bedanke ich mich bei dir fürs kommentieren ja und helfen viel helfen sogar ja ich hab dir zu viel geholfen ist ja grausam ne und bedanke mich bei den anderen fürs zuschauen und hoffe es hat insgesamt sehr gut gefallen oder auch nur gut von mir aus auch das hauptsache es hat nicht nicht gefallen das wäre schon mal gut und ja wer will kann meine anderen Videos auch angucken und wer will halt nicht dieses Video ist jetzt jedenfalls zu Ende